Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Genau, fortfahren. Wo haben wir denn stehen geblieben das letzte Mal? Mal dunzen, mal dunzen, wo wir stehen geblieben sind. Da wollen wir doch mal dunzen. Na komm, na hat noch schneller hier. Okay, so. Wo sind wir stehen geblieben? Wir pausieren erst mal so. Ähm, sichere dir eine ausreichende finanzielle Liquidität bevor du einen neuen Stadtteil ziehst. Okay. Ja, wie geht es denn den Leutchen? Ja. Ach, was? 8300 wichtig bevorzugte Möblierung benötigt. Möblierung unwichtige Dekoration. Man nehm. Jaaaa! Jaaaa! Wow! wow Danke 4Ks für den Follower Hier, Bett Verkaufen Budget von 9.28 9.300 Ja gut Zu reparieren ist nix Da wollen wir doch mal schauen So was möchtest du denn? Schlafzimmer, Badezimmer Das Badezimmer kommt auf jeden Fall hier hinten rein Böden fließen Wende gelb So Eine Duschkabine Die hier in Rot Oh Gott, wir waren jetzt nochmal So Da hin Ein Waschbecken Ein Waschbecken So, die Klobürste kommt da in das Klopapier Dorthin Dorthin Und der Handtuch, Alter, kommt da hin So, Badezimmer fertig Äh, Teppich Hammer Etwas Badezimmer größer machen können Hättet man halt tatsächlich Naja Äh, Wende, Grün oder Grau Ach du Heimatland Zu dem passt aber das denk ich mal Hammer Ein Einzelbett Kriegt die Person Ähm Ein Sofa So So Ein Couchtisch So Und ein Kühlschrank Küchenspüle Und dann So So Guck mal Einen Herd wollen die nicht haben Wenn sie das nicht wollen, dann wollen sie das auch nicht. Aber Hauptsache ein Fernseher. Man kennt es. Was hab ich noch? Ja gut, komm scheiß drauf. So. Guckst du den für 1000 rein? Und Wanddeko. So, da nutzen wir mal. Dekoration 29, da hinten ist 100, das passt. Ein Zitronenbäumchen, warum nicht? Warum nicht, warum nicht? Ein Regal hätte ich gerne. Und dann... So... so etwas ist. Woah. So etwas ist das. So etwas hat. So etwas ist es. Und das hier noch, aber hier hinten haben wir noch Platz, dorthin. So. So. Äh, ein Läufer. Hammer auch. Äh, wir haben jetzt noch tausend. Tausend Hammer noch. Ich hätte halt gern echt noch so eine kleine Schränke am Bälle. Das. Das, ähm. Ne, das nicht. Äh, ha, 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 ha. Wie sieht's denn aus? Deko-technisch 97%. Ah ja, komm. Job abschließender. Wie warm sieht alles geil aus. Volle Bewertung, Minimum. Du bist ganz schön anspruchsvoll, du Dulli. Ja gut, das könnte besser sein. Das könnte tatsächlich besser sein. Ah, ich schick mein Onkel los. Alter, die hausen hier wie die Dreckschweine. Kühlschrank wird offen stehen gelassen. Wow. Mann, Mann, Mann. Da wird es 40.000. Da geht doch noch ein bisschen was. Bevorzugt jemand zwischen 26 und 45 Okay Die ist 42 Ganz schön alt Ich kann jetzt nicht Geh weg Äh Exzellent Null Schulden Da verhandeln wir doch mal Angebotsreichweite 100% So komm Ich bin dir schon ganz schön entgegen gekommen Ach komm das gefällt euch Die trainiert sogar schon Das kann dir ja nur gefallen Nice 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 So Ähm 29 295 233 Dann nehmen wir doch das erstmal Ähm Shit Jetzt hab ich Zwischen 23 Zwischen 23 und 41 Okay Zwischen 23 und 41 Okay Okay äh Wohnung verlassen Shit Budget Blablabla So So 23 und 41 Gut 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 Null Verhandeln Verhandeln Und Angebot Ne, der ist zu alt. Eidu30 hat schon graue Haare. Geil. Ja, gut. Eidu30 hat schon graue Haare. Eidu30 hat schon graue Haare. All right. All right. All right. Ja, um den kümmern wir uns gleich. All right. Da wird sich gleich drum gekümmert. Erfolgreich. Nice. Annehmen. So. Und hier los. Reinigung starten. Blablabla. Blablabla. Ich habe immer noch alles. Das verkaufen wir alle, das ist scheißegal. Umso mehr Geld haben wir zur Verfügung. Oh nein, verkaufen. Los Onkel. Und Tchusikowski. Ich hab noch 7 Tage Zeit. Ähm, Hartholz. Braun. Äh, das da. Gut, Hammer. Kapitän Schreibtisch. Hammer. Sessel Hammer. Weinregal. Hammer. Hammer. Fass Hammer. Uhrhammer auch. Ähm, jetzt brauche ich einen Tisch. und zwar großen so Bootsdeko 1 2 3 4 eine Schatzkarte der kriegt aber noch eine dazu ein Grammophon Wanddeko a ä ä ä ä wir wir Wanddeko, ja haben wir doch hier. Hä, willst du mich verarschen? Haben wir alles. Job abschließen. Dem wird alles gefallen. Wusste ich's doch. Ha, volle Sterne. 12.790 insgesamt bekommen. Nice. So muss es sein. So und die Aldo muss zufrieden sein. Okay. Nochmal. Ja, das interessiert mich grad nicht. Hä? Ich würde hier gern irgendwie interagieren, aber irgendwie geht das nicht. Okay. Ah, so. Miragina? Riggisava. Ah, so. Ich kann überhaupt nix. Wow. Na da. Vor der Tür steht nicht mal jemand. Und dann sagt. Die Panamma! Ja, schönen guten Abend! Tschüss! Alles klar! Schöner Serverraum! Muss ich sagen! Was ist das denn? Ach, ein Schießstand! Cool! Sowas hätte ich tatsächlich auch gern. Das ist die Veranda. Das ist Bad. Das ist Schlafzimmer. Serverraum. Spielothek. 100% Eine Eigenschaft wurde entdeckt. Pedan. Die Wohnung wird immer frei von Ungeziefer sein. Bla bla bla. Sehr schön! Blumen. Das gefällt den Frauen immer. Ja, sogar eine Brauerei hat die hier in ihrem Ding. Wie viel verdient die? 85.400. Das wird aber nicht das Monatsgehalt sein. Das wird bestimmt das Jahresgehalt sein. Das heißt... Das heißt... Auf 12 Monate runtergerechnet... Ungefähr bei... 8.000. 9.000. Da kann die sich ernsthaft so krasses Zeug hier leisten. Holy Shit! Auch die killt gerade. Die könnte mir mal Bratwürste noch rüberschicken. Ja... Ja... Illegale Substanzen... Na gut... Du müsstest dir eigentlich nicht mehr verdienen. Ja... 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 Sie ist beschäftigt. Irgendwas passiert doch gleich. Okay... Äh... Warum nicht? Such dir was aus und schick mir die... Rechnung. So... Na für 1.000? Ich bezahl's ja. Ich zahl ja ihr Vermieter. Ich bin ja nur der Babysitter. So... Gut... Ich wollte das einfach nur grün haben. Aha... Wow... Lass ich jetzt aus dir den fitten Pool auf der anderen Veranda. Oh mein Gott, tut mir leid. Ähm... Gut... Wir haben Ideen mit denen wir die Wohnung verbessern können. Das kleine Badezimmer in dieser Wohnung ist irgendwie etwas glanzlos. Was ist das... Oh... Oh... Das ist ein cooles Badezimmer. Du bist nämlich eine Drecksau. Und da lässt du immer übelsten Rotzmüll. Was ist das? Oh... 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 Alter, du willst mich doch, oder? So, jetzt ziehe ich da wieder Geld rein, weil das so eine Drecksau ist, die hier wohnt. Hartholz will er rein haben, dann kriegst du dein scheiß Hartholz. Rote Wände, da sind wir hier bei Wünsch dir was. Eine Duschkabine, du hattest eine drinnen. Du Volldepp. Eine Waschmaschine. Ähm. Wo soll ich denn die unterbringen, bitteschön. Will aber keine... Hä? Doch, will Toilette haben. Ach, da hat er doch eine. Ich habe ein Waschbecken weg gemacht. Oh. Äh. Du kriegst wieder das alte rein, ist mir scheißegal. Toilette ist mir toll. Fehlt noch was? Wanddekoration. Passt nicht. Mann, 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 ey. Was für ein Vollhonk dieser Mieter ist. Ist irgendwo was offener? Nö. Okay. Ähm, Jobs... 3... Äh, 10.000? Ey, damit ist mein Gateclay wieder drinnen. Damit ist mein Geld doch gleich schwer drinnen. Hä? Hm... Tö-tö... 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 Das wird das Badezimmer, das wird die Küche. Was will der im Schlafzimmer alles drin haben? Nix, okay. Okay, Badezimmer. Laminat. Braun. Hala, eine Duschkabine will er rein haben. Krieg da wenn er will, die kommt hier schön mittig hin. So. One Toilet. Ich glaube das wird hier alles ein bisschen zu teuer. Klobürste kriegst du aber eine teure, ist mir scheißegal. Klo muss sauber sein. So. Das haben wir erst einmal. Ab in die Küche. Hartholz. Wände blau. Wer macht sich blaue Wände bitteschön. Küchen. Ach, Kühlschrank. Wie viel hab ich noch? Zehntausend. Äh. Küchenspüle. Mixer. Mixer. Poster. Das machen wir später. Ähm. Was war das hier? Ja. So. Jetzt brauchen wir noch ein Herz. Gibt's den. Hinten. Es geht also mit nach hinten. Ja. Gut. So. So. Ein Motivationsposter. So. Das haben wir erst einmal. Schlafzimmer. Ein Doppelbett. Stopp mal. Böden Teppich. Die Wände sind nicht. Wände grün. Alter. So. Hammer. Noch ein fettes Motivationsposter. grün auf grün sieht mir gerade gut aus eine große pflanze passt er zur wanddeko, also zur, ne, er wisst schon ein läufer so, brauchen wir noch einen tisch, einen tisch und eine schachbrett ne den nicht der hier war das so, wir hätten auf jeden Fall schon mal das hier fehlt noch ein bisschen Deko da kann man das hier nicht so hinstellen dann haben wir doch tatsächlich da Platz für das da oben drauf kommt dann der das kommt dorthin den Raumteiler ballern war dahin das dorthin kann man den Tisch nämlich da hin machen so kann man das Teil da hinstellen den machen wir hier hin und der Flensel dahin so, ähm, Deko 23 da könnte also noch ein bisschen was kommen okay k okay 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 Hallo, ich würd da gerne Bücher. Nee, okay, dann nicht. Dann nicht, dann nicht. Wenn ihr das nicht wollt, dann bekommt ihr das auch nicht. So wie sieht's denn aus. 54% läuft gerade. Können wir die da rein machen? Sag mal, das ist doch gerade mal richtig Abfuck hier. So, jetzt haben wir da noch ein bisschen Ablagefläche. Ja. Ah. Ahhhh 75%, also ein Kleinteil geht noch, ein Kleinteil, das kommt eigentlich immer gut an. Jo komm, scheiß drauf, wir haben alles nötige drin, wir haben alles nötige. Ja, ich kümmere mich gleich um den Kack, das hier ist jetzt wichtiger. Oha! Nice! Komm, ich mach's mit per Profi heute mal hier. Fertigkeit, wir haben wieder eine Fertigkeit. Geschenk sonstiges, schaltet, geschränkfreie Geschenkkarten, selbst erstellte Mixtapes, ein wildes Stinktier verwüstet die Wohnung. Ein Masseur kommt vorbei und gibt eine sinnliche Massage. Wir schalten das frei. Gut, ähm, ich mach jetzt aber eine kurze Pause, möchte einer rauchen und wir sehen uns gleich wieder. Gut, ähm, ich mach's mit. 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 Gut, ähm, ich mach's mit.